hey oder maxi und willkommen zurück zu terraria fett gemoddet truffle ist gespawnt ich habe mir truffle warms zusammengebaut und jetzt werden wir mal den alten duke fisheroni machen ich habe auch ein paar chlorophyt bullets werde aber nicht alle auf der primärwaffe verwenden sondern so teils teils hoffe das funktioniert ganz gut naja wir fahren jetzt erstmal zu unserem spot ich weiß nicht ob die flight time reicht ob wir da mal vielleicht eine andere wings oder so machen müssen aber wir werden sehen so das hätten wir dann angeln wir mal nach dem guten boy ja sieht schlecht aus obwohl sieht gar nicht so schlecht aus war einfacher als sonst es verliert er alles darf man hier liegt auch noch ganz viel stuff so mal gucken das ging ja dann doch relativ easy sehr schön das muss ich über mein dach hier rein so würde ich mal sagen stresspills das kann alles weg ja nice vielleicht kriegen wir die wings aber steel bag sacred tools ok das sachen das haben wir hier noch mal dev sachen mega bubble shield kürze summer powerful bubble welche ich nicht benutzen kann element of water shrimpy truffle sehr schön und flavoron schade also coole sachen sind auf jeden fall nicht bei gewesen würde ich sagen das erstmal da rein und dann machen wir den noch mal ich kann den ja auch direkt zweimal machen vielleicht reicht es ja ich kann den ja auch direkt zweimal machen vielleicht reicht es ja schon mal ich gehe also play Ich habe sogar Tonalien, das ist nice. Nochmal Teifun. Machen wir den nochmal direkt. Ich habe auch ein paar Sachen. Ich habe auch ein paar Sachen. Ich habe auch ein paar Sachen. so jetzt habe ich auch keine mehr Fischelrod ja, bubbleshield wieder aber keine Wings hm, schade naja, ist ja auch nicht so necessary sage ich mal snow globe den kann ich mal behalten und der Rest kann weg maybe schon Duke Fischelrod wie hoch da die Drop Chance von den Wings eigentlich ist ok, 5, 6%, aber auch krass, dass wir immer Flare Run und kein Tsunami oder so bekommen haben das ist schon blöd Fischelrod und Wings 10% hm, nicht so toll naja ja, ich würde gern Calameters noch machen aber mir fehlen die Blighted Lenses deswegen müssen wir hier mal ein bisschen improvisieren äh, Aquaeus wäre als nächstes was war das nochmal? Strange Shell Strange Shield was fehlt mir hier? Water Essence ok, Water Elemental ja, die habe ich nicht und Soul of Night fehlt mir Atlas Stone Fist Stone da fehlt mir Martian Conduit Plating kann ich das vielleicht kaufen? das wäre natürlich nice, ne? Perls and nee Building Blocks nee, war klar, dass ich mir das noch nicht kaufen kann Tja dann bleibt nur noch Ravager Ancient Medaillon Medaillon Ancient was fehlt mir hier was fehlt mir hier? Gliesert Bricks kann ich die vielleicht kaufen? dann muss ich nicht nochmal los gehen ja sehr schön Ancient Medaillon zack war das mit dem Buffs 6 Minuten noch? ja das soll mir genügen ich weiß nicht, ob ich den Overground mache oder in der Arena ich gehe mal in die Arena glaube ich wobei ich hier überhaupt keine Ausweichmöglichkeiten dann habe ich glaube dann mache ich den doch lieber Overground ich wusste gar nicht, dass man die Pillar durchschießen kann ich bin den sonst immer ausgewichen wie geil ist das denn? ach ach, ich liebe diese Waffe Rage Mode mehr Damage so, und hier die Metemesis also das ist das von unten und die Bars so, Ab Nahus ja, wir machen schon übel Schaden das ist schon neu ist irgendwie so 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 das kann alles hier rein mal gucken Bar of Life Arc of Elements kommt erst später Elemental Disk auch erst später 2 Biome Omega Biome Omega Biome Omega Biome Blade wäre schon nice brauche ich dafür Omega Biome Blade wäre schon nice brauche ich dafür Seraph Tracers ja, später erst erst alle nach Moonlord ey, ich gehe kaputt Omni Blade, ja Omni Blade könnte ich bauen was ist denn mit der Arc of Elements Arc of Cosmos ist später erst dann kann ich mir da noch nichts zusammenbauen ok ja dann würde ich sagen was kommt als nächstes Kultist außer die jetzt die noch davor sind 1 2 2 1 ELEMENTS AWOKEN 2 3 3 3 3 Ja, dann kann sein, dass die Buffs dann auslaufen, wenn ich da bin. Aber das ist egal. Ich müsste doch eigentlich ein Luna-Tablet haben von den Eidolonisten. Ja, mal schauen. Wie und ob das funktioniert? Irgendwas hat da nicht funktioniert. Äh. Jetzt sind die Buffs nur noch eine Minute. Naja, ist halt so. Noch nicht. Irgendwas fehlt. Muss ich die anderen erst besiegen? Golem habe ich ja schon. Vielleicht Kalamitas noch machen? Dann muss ich wahrscheinlich erst die Leute besiegen, die davor waren. Rollerflash ist besiegt. Planterra ist besiegt. Planterra ist besiegt. Der Permaforst habe ich nicht. Und die anderen, die davor sind. Aber die sind doch schon gespawnt. Wieso kann ich die da nicht? Hä? Irgendwas fummelt mir wieder dazwischen. Ja, dann, äh... Versuche ich mal, Martian Conduit Plating irgendwie zu bekommen. Damit wir das machen können. Damit wir das machen können. Weil sonst habe ich ja alles besiegt. Kurios. Gut. 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 Das war's für heute. Da haben wir schon mal ein bisschen was. Aber zu wenig glaube ich. Ja, 20 brauche ich. So. So. Stonefeast. So. 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 Okay. So. 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 ja nicht quatsch ich kann die sachen doch einfach kaufen ich habe keine keller mit das habe ich ja noch nicht besiegt ja das ist ärgerlich ja dann muss ich mich mal ein bisschen hier hinstellen in der nacht und hoffen dass ein paar augen spornen obwohl ich mache mir das einfacher ich muss erstmal mein spawnpein wieder setzen damit ich nicht immer so blöd laufen muss so und dann kaufe ich mir eine zerk potion und dann ist die spawnrate ja auf fünf milliarden dann passt das schon dann müsste ja hoffentlich eins bauen da ist ein ja wird jetzt zwar ein bisschen ruckeln und ein bisschen laut werden aber so das ist schon lustig so jetzt machen wir das auch wieder aus so so easy peasy ja ja auf desolation zack zack und dann machen wir mal keller mit das lassen wir den ganzen bums nochmal hier einsammeln so viel ist dabei was ich wahrscheinlich nicht brauche so 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 Sehr schön. Hier, hier. So. Kann alles weg. Void of Calamity, Increase to all Damage, Essenzen, Blackheads, Bow and Ears. Man sieht ja eh nix davon, von daher. So, mal eben. Ups, ne, eigentlich Upgrade, aber okay. Schon mit uns Spectre braucht man dafür. Schrom. Ja, ne, bitte Shrew. Habe ich noch welche von? Hm. Vitorium Anvil nehme ich mal raus. Oh, ich rehe eh nicht. So. 2,3,4,5. Spectre Bar. Oh, gerade. Dass man dafür 5 braucht, ist schon frech eigentlich, ey. jetzt haben wir wieder ein bisschen storage capacity kann ich immer noch nicht beschwören der kult ist klagbringer goliath aqueous strange shell noch mal strange shell da fehlt mir ja water essence ok und soul of night klagbringer goliath abomination gucken ob ich den kann mann goliath noch kann doch nicht sein dass ich alle bosse besiegen muss sonst ging das ja auch immer einfach oder dass irgendein bug dass er mich nicht lässt so keine ahnung keine ahnung tut es mir leid so mit dem dual klappt eigentlich ganz gut ich habe noch ganz schön viele chlorophyte bullets es ist eigentlich ganz angenehm so na ju oh nein die nuke barrage kommt das war ja auch schon ach ja jetzt haben wir im treasure bag das übliche so macht da 200 mili damage krass machen wir den auch steht sonst noch ja aqueous jeneric cultist permafrost ancient ice crystal ja da fehlen mir die chlorophytes wachen jetzt racen wir hier durch die bosse und hoffentlich funktioniert es dann auch gruselig junge du bist ganz schön schnell ja jetzt geht aber übel los hier wie das wieder am rucklen ist Wie schnell er einfach ist. Wie schnell er sich an. Nice. IC Power. Okay. Immunity. Armor Penetration. 10. Okay. So. Ich wage nochmal einen Versuch. Plan Terra ist defeated. Sonst sind auch alle. Außer hier so ein paar. Hm. Kurios. Ach, ich bin gerade vorbei gefahren. Hm. Aber mir fehlt doch nichts. Kurios. Gucken wir mal, wie wir weiterkommen. Queen Rose. Kann ich sogar machen. Oh shit. Oh shit. Royal Guard. Ah, okay. Gastliant. Forest Army. Oder Sinful Orshid. Regaroth. Swelling Energy. Okay. Da fehlte mir doch irgendwas mit Luft oder so. Ja, Sky Essence. Sonst. Tower Keeper. Cursed Mirror. Cursed Mirror. Fehlte mir. Mirror Shards. Shadow Shards. Crystal und Gla... Nee. Soul of Night. Archeron. Unstable Wisp. Na, da fehlen mir diese Essenzen. Boah. Kann doch nicht sein. Wenn man sich das so anguckt, dann ist das eigentlich noch ganz schön viel, ne? Na ja, ich versuche mal irgendwie herauszufinden, woran das liegt. Wir sehen uns in der nächsten Folge. Bis dahin. Euer Mike. See.